Die Hala hat weiterhin mit finanziellen Einbußen zu kämpfen. Grund hierfür sind nach Angaben des Unternehmens der anhaltende Krieg in der Ukraine, die geopolitischen Spannungen und die Inflation. Bis September 2023 gingen die Gewinne der Hafenlogistik demnach um rund 57 Prozent zurück. Auch der Containerumschlag reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent. Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath rechnet bis Jahresende nicht mit einer Besserung. Man erwarte nun ein Jahresgesamtgewinn von rund 100 Millionen Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017